Oh, da muss ich die Cowboy-Hut anlegen, weil da können wir es jetzt rüber mit den Amis. Warum verschwinden bei meinen WhatsApp-Chats plötzlich Buchstaben? Oder warum tauchen plötzlich völlig sinnlose neue Wörter auf? Das habe ich mich wirklich auch schon gefragt. Hast du jetzt noch, verdammt ich meine Buchstaben her? Gib den da her! Es ist so, dass das FBI oder das CIA die Buchstaben klauen. Jetzt gibst einfach meine Buchstaben wieder her. Aber was machen die damit? Für was sollte ein FBI-Agent einen Buchstaben klauen? Oder neue Wörter? Also wenn ihr die Buchstaben verloren habt, gibt es nur eins. Oh, das ist jetzt grün. Das sieht man wahrscheinlich gar nicht. Also es ist eine Buchstabensuppe da drin. Und sonst habe ich noch einen Gratistipp für die, die wirklich wuhuuu, ein wenig Cowboy schwingen wollen. Ist, macht doch mal die Autokorrektur bei euren Handys oder bei diesen Geräten ausschalten. Das wäre auch noch eine gute Idee.